Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ich es in der Überschrift gelesen habe, hat Apple nun auf der Keynote ein neues MacBook vorgestellt bzw. sie haben das MacBook wieder zum Leben erweckt. Und was die neuen Features oder Innovationen des MacBooks sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Apple hat gerade auf der Keynote das MacBook wieder zum Leben erwacht und zwar in drei neuen Farben und komplett aus Aluminium. Es gibt einmal das normale Aluminium MacBook, dann ein Space Grey MacBook und einmal sogar ein goldenes MacBook, was wirklich sehr strange aussieht meiner Meinung nach, aber ist natürlich Geschmackssache. Ja, was sind denn die Neuerungen oder Features des MacBooks? Wir haben natürlich ein komplett neues Design. Es ist verdammt dünn, es ist nur 13,1 mm dick, wiegt nur 900 Gramm, also das ist wirklich ein winziges Teil im Vergleich zu dem MacBook Air oder MacBook Pro. Wir haben ein Retina-Display, ein 12 Zoll Retina-Display mit einer Auflösung von 2304 x 1440 Pixeln, was eine Pixeldichte von 226 Pixeln pro Zoll ergibt. Wir haben eine neue Display-Technik, wo die einzelnen Subpixeln noch größer sind, was für ein 30% helleres bzw. energieeffizienteres Display sorgt, laut Apple. Dann haben wir eine neue Tastatur und ein neues Trackpad. Die Tastatur bzw. die einzelnen Tasten sollen jetzt nicht mehr so in Anführungsstrichen wabbelig sein, wie ihr das von den normalen Mac-Tastaturen kennt, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Die sollen jetzt noch besser sein durch einen besseren oder anderen, wie nennt man, ja nicht Druckpunkt, sondern diese Plastik-Clips, die da drunter sind, die sind jetzt neu und die sollen für einen besseren und angenehmeren Druckpunkt sorgen. Dann haben wir ein neues Touchpad, was jetzt druckempfindlicher ist als das neue und auch genauer. Das heißt, wenn ihr eure Unterschrift macht, ist sie halt genauer und nicht mehr, was heißt, es war auch vorher schon wirklich sehr, sehr gut und jetzt ist sie halt noch genauer. Dann haben wir eine neue Prozessorreihe in den MacBooks verbaut, deswegen kann man sie auch meiner Meinung nach etwas mit den iPads vergleichen und zwar haben wir einen Intel Core M, also einen mobilen Intel Prozessor verbaut, in einer 14nm Technologie. Dieser braucht nur 5 Watt Leistung und warum kann man ihn außerdem noch mit dem iPad vergleichen? Wir haben absolut keinen Lüfter, also wir haben keine beweglichen Teile, wir haben eine SSD verbaut, die ist auch Onboard, wir haben RAM, der ist Onboard verbaut und wir haben nur den Akku drin, also ihr seht ja die Bilder, da ist fast nur Akku drin, da ist sonst nicht viel mehr Technik drin. Dieses Main Board ist wirklich winzig klein, also dass das ein ganzer Mac ist und so viel in Anführungsstrichen Leistung hat, dass es auch ein Retina Display unterstützt, ist wirklich großen Respekt an die Ingenieure, die das gebaut haben. Ja, dann haben wir noch den USB-C Port, das ist neben dem normalen Klinke Port auch der einzige an dem MacBook, hier wird das MacBook drüber aufgeladen, ihr habt da USB Display Port bzw. Thunderbolt, HDMI, VGA, alles geht über diesen einzelnen oder einzigen Port und finde ich eigentlich eine sehr sehr gute Idee, der Rest geht ja alles über das Internet, also Programme aus dem Internet oder aus dem App Store, Updates over the Air, ja, ein Beamer schließt sie darüber an, Apple bietet dann natürlich auch mehrere Adapter an, wo sie natürlich jeweils nochmal wahrscheinlich so 30 Euro für verlangen, Apple natürlich. Ja, natürlich sind auch alle Umweltaspekte wie Apple typisch erfüllt und ja, was kostet denn das MacBook? In der kleinen Variante, also es gibt zwei Varianten, jeweils in drei Farben, einmal die kleinere Variante mit 8 GB RAM, einem 1,1 GHz Prozessor, einem mobilen Prozessor muss man sagen, weil der darf ja auch nicht so viel Hits haben, wie gesagt, wir haben keinen Lüfter, also auch keine Geräuschkulisse, kostet 1299 Dollar, wird wahrscheinlich in Euro genauso umgerechnet, und einmal mit 1,2 GHz auch 8 GB RAM, aber 512 GB SSD, bei der anderen haben wir 256 GB, kostet 1599 Dollar, also wahrscheinlich auch in Euro. Ich habe es mir allerdings ein bisschen billiger gewünscht, leider ist es nicht der Fall geworden, ich hätte es mir sogar noch unter dem MacBook Air gewünscht, allerdings haben wir ja das Retina Display und dieses wirklich sehr, sehr coole Design, also mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Ich würde es mir auch liebend gern kaufen, nur ich habe leider im Moment nicht das Geld und es hat mir persönlich so wenig Leistung. Ja, was haltet ihr denn vom neuen MacBook Air, äh, nicht MacBook Air, vom neuen MacBook, so heißt es ja, und die Apple Website ist natürlich unten verlinkt. Ich hoffe, euch hat das kurze Infovideo gefallen, jetzt kommt noch das Video zur Apple Watch und, ja, ich sage, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao!